Unsere Natur, sie gibt uns Ruhe. Holz, wir können es riechen und spüren. Holz ist Leben. Können wir mit Holz unsere Träume erfüllen? Eigene Ideen verwirklichen? Ein behagliches Zuhause schaffen? Stellen Sie sich vor, Ihnen stehen Experten zur Seite, die dazu Antworten haben. Experten, mit denen Profis eng zusammenarbeiten. Experten, die zuverlässig sind und denen Qualität wichtig ist. Die Adresse für alle, die Inspiration und persönliche Beratung suchen. Ihr Holzfachhandel